So, meine Damen und Herren, am Gleis 51, haben wir jetzt schon gesagt? Ja. 2 auf 15. Ziehen wir hier mal die Kette spannen. Dann können wir ein paar Fotos machen. Oder wir gleich. Am Gleis 4, 5 Dezember in Kürze der CVE auf Völd 1. Ich sehe mal die Vereinskollegin getroffen. Das ist ein roter. Der kennt ja aus der CVE-8-Bund-Aufführer. Den habe ich nur den Namen hab ich noch gesehen. Ja, der war ganz am Anfang. Er hatte keine Zeit mehr nach der Führung, um die Angehörige zu filmen. Mal sehen, wie der Bundeswehr aufgehört hat. Und dann wieder, wie das was gegangen ist. Dann eigentlich raus. Und dann gleich. Und dann kann man dann auch mal die Wagen haben. Und dann wieder. Und dann bleibt 2% der Einfahrt. Wenn der Zug fährt ab. Dann sehen wir Leute. Wenn der Zug fährt auch wieder weg.